hey leute willkommen zu einer neuen runde sky wars auf der map avenue und das ganze wieder alleine also da war ich gerade nur müll okay die ist auf jeden fall um einiges besser auf jeden fall wie ihr vielleicht schon ein bisschen hören konntet habe ich jetzt eine neue tastatur und ich weiß nicht wie das genau mit dem werben kennzeichnen ist deswegen wird da jetzt wahrscheinlich irgendwo stehen unterstützt durch razer oder werbevideo muss ich noch gucken wie ich das genau mache kommen die müssen wir kommen oh mein gott leute alt habe ich mich erschrocken oh mein gott ja wie gesagt wundert euch auf jeden fall nicht wenn da irgendwie werbevideo oder irgendwas steht weil ich halt rechtlich auf der sicheren seite stehen will deshalb ist kirch lieber nichts und schreibt das da zur sicherheit hin kann man sich in mein kopf erschrecken ohne witz das doch richtig behindert so den haben wir auch toll gtf seine hits so alter ich will halt nicht dass er eine gleich ankommt zum abstaubt man ich hätte glaube ich besser kämpfen sollen egal auf jeden fall muss ich eigentlich gar kein video dazu machen aber irgendwie bin ich echt ziemlich dankbar dass ich das bekommen weil das echt nicht selbstverständlich ist und ohne euch sowieso nicht also auch dankeschön an euch weil sonst hätte ich die safe nie bekommen ja ich kann ja mal erzählen wie das überhaupt dazu kam weil ich habe ja im dezember habe ich ja auch schon nachgefragt ob sie mir eine maus zur verfügung stellen können die ich dann halt an euch verlosen kann was sie ja auch gemacht habe ich glaube dass so die razernaga hex oder so da bin ich mir echt nicht mehr sicher aber ich glaube schon ja aber die war ja nicht für mich sondern wie gesagt zum verlosen also hatte ich da ja nicht wirklich viel von das ist der typ doof der einfach gar nichts gemacht egal dann dachte ich mir halt so weil ich habe schon meine tastatur seit der grundschule und einige haben auch gefragt die tastatur verlosen kann aber leute ich habe meine tastatur ist wie gesagt schon uralt ich habe die seit der grundschule und die will keiner haben glaubt mir hatte ohne spaß würde dir die 50k mega gönnen dankeschön ich denke mal dass die meisten sowieso heutzutage schon viel bessere tastaturen haben als meine logitech die ich also jetzt die ganzen jahre hatte ich war halt irgendwie dauernd zu geizig mir eine neue zu holen weil ich wollte halt gerne eine black widow haben und die sind ja schon ein bisschen teurer und so und ich will ja auch bald ein auto kaufen weil ich ja im dezember 18 wäre werde und da will man ja gerne ein auto haben und ja deswegen muss ich dafür auch mal langsam geld sparen und jemand meint auch zu mir wie doof das er ist dass ich nicht gefragt habe damals für mich ob die mir nicht auch was mitschicken können aber irgendwie fand ich das ein bisschen doof weil ich war echt schon extrem dankbar dass die mir überhaupt eine maus zur verfügung gestellt haben dann wollte ich nicht auch noch wegen einer tastatur oder generell irgendwas fragen youtuber sind arrogant stimmt aber ja das ist jetzt ja schon über ein halbes jahr her und ich dachte so ja okay ja ich machen die das ja bitte lass mich das überleben bitte bitte oh mein gott als ob ich den jetzt so easy bekommen habe wow und ja auf die ball haben die mir auch schnell geantwortet und meinten also dass sie das machen würden da habe ich mich echt mega gefreut weil wie gesagt ist das nicht verständlich und tastaturen sind halt echt ein bisschen teurer und nicht gerade günstig und deswegen hat mich das echt mega gefreut und wie gesagt wäre das ohne euch gar nicht erst möglich alter mancher fällt vollen kack brustpanzer ich brauche mal irgendwie ein besseren aber wüsste jetzt auch nicht woher ich den bekommen soll ach da oben leute es tut mir leid dass ich gerade weg rennen will aber gesagt werden muss aber ich will halt irgendwie bessere sachen haben weil sonst ist das ist echt mein tod alter warum bin ich so kacke oh mein gott und das war schon der allerletzten runde und einige habe mich auch gefragt weil ich ja das auf snapchat und auf twitter gepostet habe ob es sich lohnt eine razer tastatur zu kaufen und ich finde schon wäre es generell schon ziemlich geil mit den geräuschen von der tastatur ich finde allein das macht schon mega bock das klingt so dumm beim einfach nur tasten drücken aber das meinten immer so viele und ich konnte mir das aber nicht vorstellen und jetzt kann ich verstehen was sie damit meinen hier ist keiner heißt wir haben noch mal mehr sachen irgendwie spielt gerade keiner in sky wars deswegen habe ich keine runde voll bekommen wir haben trotzdem nicht so viel bessere sachen als ob jetzt alle inseln neben mir leer sind falls ich jetzt irgendjemand beschweren will dass sich meine klicks diese tasten sound so komisch anhören es kann sehr gut daran liegen weil ich habe mein mikro jetzt auch anders hingestellt und ich kann mich ohne witz nicht daran erinnern dass mein video davor gerauscht hat wenn das einfach alles perfekt angeschlossen war können schwören dass es einfach alles perfekt war und überhaupt nicht gerauscht hat aber irgendwie das so komisch weil ich habe mein micro jetzt auch anders hingestellt damit weil ich so probleme mit dem kabel hatte und das dann immer leicht rausgegangen ist und dann habe ich übelst gerauscht oder so dann muss ich den stecker mal neu reinstecken ja klingt gerade gar nicht dumm bis mein micro dann endlich wieder vernünftig ging ach der ist da oder der ist hier irgendwo ich weiß nicht wo der ist also wie gesagt eigentlich weil ich damit nur sagen dass ich halt meine audioschuhe bearbeiten muss heißt dass die klicks dann auch ein bisschen anders klingt was ein bisschen schade ist aber kann man nichts machen alter ich gar keinen bock drauf der ist natürlich dumm ja okay dann ein bisschen verworfen leute machen jetzt schnell ein screenshot der will jetzt auch der will auch ein screenshot oder ja auf jeden fall gut dass ich jetzt im sandwich stehe aber ja egal kämpft jetzt einfach mal oh mein gott alle abonnieren ja leute ihr habt es gehört also haben wir nicht mit angel spielen lol der letzte ist einfach so gestürmen was ok ja auf jeden fall leute war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst eine positive bewertung da bis nächstes mal heute rein und ciao